Hallo Fußballfreunde und herzlich Willkommen auf ThieleFootball zum nächsten Stadionvlog. Es ist noch dunkel, sprich wir haben ein paar Meter vor uns, denn heute geht es auf dem Betzenberg. Zweite Liga, Kaiserslautern gegen Nürnberg, zwei sympathische Vereine. Die Bude wird ordentlich voll sein, das wird geil und wir machen uns auf den Weg nach Kaiserslautern. Da sind wir doch, schön auf dem Betzenberg angekommen. Geile Stadion, heute auch nahezu ausverkauft, so gut wie es wohl geht. 5.000, 6.000 Nürnberger sind da, über 45.000 insgesamt. Die Stimmung wird geil. 5.000 Nürnberg Vladimir very 같습니다. 5.000 Nürnberg 2, 5.000 Nürnberg 3, 2 § 4.000 Nürnberg 3, 3 Draw Battlefield 2 or 반드 P 하게attozen zu vergangenen Beim Versenbergsgetausende USA Kurz in den Aufstellungen, Lautern, Wiesoft in 4-2-3-1 und Löhmach, die letzten Spiele unter beiden Zielen, zumindest mal defensiv besser gewonnen. Ja, mal gucken, was das gibt. So, mal ganz kurz, solle Tipps, Franz Lau mit dabei, was sagst du? 2-1, kalt auf Lautern. Ich sag 1-1, wir sind echt und gut. 2-1, wir sind echt und gut. 3-1, wir sind echt und gut. 3-1, wir sind echt und gut. 3-1, wir sind echt und gut. Das war ein bisschen gut rum. Ja, Fußballerisch. 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 Applaus Applaus Ohhhhhhh Ohhhhhhh Freistoß, gute Position, Johannes Geis und Konter ist bei Schalke gestoppt. Er konnte es mal. 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 Tschau und bleib am Ball. Er konnte es mal. Er konnte es mal. Er konnte es mal. Er wurde mal. Er wurde mal. Er wurde mal.